Hallo zusammen, mein Name ist Benni Huckel. Es wäre toll, wenn ich euch an einem Camp begrüssen könnte. Wir haben mehrere Standorte in der Region Nordwestschweiz. Camps in Alschwil, Breitenbach, Gubendorf, Arlosheim und in Basel auf der Sportanlage St. Jakob. Und am Herbst an dem gleichen Standort, plus noch in Binnigen. Und die polysportiven Fussballcamps sind sogar von 6 bis 13 Jahren. Und wir freuen uns sehr, euch auf einem Fussballplatz hier in der Region begrüssen zu können. Manchmal machen wir noch so Spiele, so ein Turnier. Und das ist dann schon anstrengender. Und dann... Immer wenn ich nach Hause gehe, spüre ich fast meine Beine um ein Kilogramm. Und du bist auch müde? Ja. Wohl, immer wenn ich nach Hause komme, sitze ich einfach vor dem Sofa. Ich bin so müde, meine Beine tun dann so weh. Ist das trotzdem irgendwie toll? Ja, es ist toll. Das macht mich stark, oder? Ja. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Vielen Dank.